Willkommen zu einem weiteren Video zu Black Ops 3. Es ist so, dass wir sehr sicher in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen weitere DLC-Waffen für Black Ops 3 bekommen. Mit dem neuen Patch wurden die anscheinend schon hinzugefügt. Ich habe ein Video zum Patch gemacht, das ist jetzt die Versionsnummer 1.14 und bei manchen Leuten hat nach diesem Patch das Spiel ein bisschen geglitscht und es ist immer wieder eine DLC-Waffe aufgetaucht oder eine neue Waffe aufgetaucht, die wir eben sehr sicher bekommen. Und zwar ist das die Peacekeeper. Eine Waffe, die wir schon mal bekommen haben als DLC und zwar damals zu Black Ops 2 Zeiten. Das war auch die erste DLC-Waffe, die wir überhaupt bekommen haben für ein COD. Damals alles noch ein bisschen anders. Die Waffe, die war einfach bei einem Map Pack mit dabei, war keine Waffe, die man sich irgendwie über Supply Drops kaufen musste oder so. Und die Waffe, die ist relativ speziell, denn man hat hier eine Waffe, die als Hybridwaffe fungiert. Und war in der Hinsicht vielleicht sogar irgendwie die erste Waffe, die so ein bisschen in Richtung Hybridwaffe gegangen ist. Und zwar ist das eine Waffe, die so eine Mischung aus einem Sturmgewehr und einer SMG ist. Das heißt, man hat hier eine SMG, die im Nahkampf nicht so wirklich gut ist. Auf mittlerer Distanz oder auf mittellanger Distanz dafür ziemlich gut. Und auf lange Distanz ist er auch nicht schlecht. Allerdings natürlich schlechter als ein Sturmgewehr. Allerdings ein bisschen besser als eine SMG. Das heißt, man hat hier eine Waffe, die wirklich gut für so mittelgroße Maps war und so weiter. Viele Leute haben die gerne auch gespielt. Und im Hintergrund gibt es dazu gerade auch ein bisschen Gameplay. Ich habe jetzt Black Ops 2 nochmal angeschmissen. Seid bitte nicht zu böse. Ich bin mit dem Aiming nicht so wirklich klar gekommen. Ich glaube, da muss man sich immer erst ein bisschen reinfinden. Aber ja, so sieht die Peacekeeper aus in Black Ops 2. Und so wird die auch aussehen in Black Ops 3. Ihr seht das Bild dazu gerade mal im Hintergrund. Dieses Bild ist eben aufgetaucht. Hier sieht man jetzt einen Spezialisten mit dieser DLC-Waffe. Und es ist sogar so, dass es erste Gameplays dazu gibt. Ich verlinke euch da was in der Videobeschreibung. Das heißt, die Waffe ist jetzt wirklich als vollständige Waffe bei Black Ops 3 mit dabei. Allerdings noch versteckt. Und man braucht wahrscheinlich einen Hotfix oder irgendwas in diese Richtung, damit man die Waffe dann ziehen kann in den ganzen Supply Drops. Sobald es da soweit ist, werde ich euch darüber natürlich informieren. Es ist dann so, dass das anscheinend nicht die einzige Waffe ist, die wir bekommen. Wie so oft gibt es natürlich dann ein bisschen mehr DLC-Waffen. Und es ist so, dass der YouTuber TheLongSensation noch von einer anderen Waffe gehört hat. Ich denke, er hat irgendwie einen Typen, der das erklitscht hat. Irgendwas in diese Richtung, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall meint er, dass außerdem die Waffe mit dem Namen RS-70 Ajax dazukommt zu Black Ops 3. Was das für eine Waffe ist, weiß ich leider nicht. Was uns da erwarten kann, weiß ich leider nicht. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und ja, das war es dann mit dem Video. Das sind die ganzen Informationen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu Peacekeeper sagt. Freut ihr euch, dass die mit dazukommt zu Black Ops 3? Ich persönlich muss sagen, ich freue mich. Die Waffe hat sich immer ganz gut gespielt in Black Ops 2. Ich bin gespannt, wie die sich spielt in Black Ops 3. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass sich die Waffe auch in Black Ops 3 so verhält wie in Black Ops 2. Also, dass man hier auch eine Hybrid-Waffe hat. Eine SMG, die halt im Nahkampf nicht ganz so gut ist. Auf lange Distanz dafür nicht verkehrt. Ja, das war es dann sonst mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin Videos zu Black Ops 3 sehen wollt, dann lasst natürlich gerne auch ein Abo da. Das war es von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Video.